Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 5, da sind wir wieder, ja und wir sind Trevor und Trevor will nach Hause, also gehen wir jetzt mal nach Hause, bzw. wir nehmen natürlich unsere Karre und ja, ich wäre ja ganz froh, wenn jetzt mal irgendwie die Mission noch weiter ginge, ich finde hier den Faden gerade nicht so, habt ihr vielleicht gemerkt in der letzten Folge, das war doch ein bisschen rumgefahrige Suche, Gemache, deswegen habe ich jetzt mal zu Trevor gewechselt, ich will hier lang nicht schubsen, nicht mit Trevor. Aber aufpassen, du Schubser du, sonst hast du dann irgendwann das letzte Mal geschubst. Eben, deswegen habe ich zu Trevor gewechselt, in der Hoffnung, dass das jetzt hier irgendwie weiter geht und deswegen gehen wir jetzt mal nach Hause, eigentlich hat Ron ja noch angerufen, dass da bei ihm in der Gegend komische Leute sind, da müssen wir auch mal gucken gehen, aber das ist die eigene Wohnung, bzw. ja, es ist ja nicht mal die eigene Wohnung, sondern hier dieser Unterschlupf, das ist dann ja doch immer wieder irgendwie so eine Anlaufstelle, ist das hier, jo, hier bin ich in der letzten Folge schon durchgefahren, zum Attentat, da habe ich hier, habe ich schon mal reingeguckt, das kann ich mich, daran kann ich mich gut erinnern, mit der Karre hier und diesem zugedeckten Dingens. So, jetzt wollen wir aber noch mal schnell schauen, doch, das müsste hier sein, bin ich gerade nicht mehr so sicher, hier geht es nicht rein. Oh. Was, da war ein Mr. Raspberry Jam? Wo, wo, now Mr. Raspberry Jam, he died in Noble Death, bringing great joy to a lonely man. Ich habe eine sehr große Penis, so viele Mädchen schreien, wenn sie, wenn sie sehen sie. Oh, Show me. Show me, boy! Ich, 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 ich... Ich, 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 ich. Ich bin nicht so speziell, aber dieser Mann wird das Job gemacht. Jetzt, Wade hier sagt, dass du an den Dock arbeiten. Ja, schau mich an! Kannst du... ...deine Johnson weg? Jesus. Ja, ich arbeite an den Dock. Und? Was interessiert für einen Mann wie ich? Ich meine, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das Kind? Ich bin das Kind, Floyd. Ich bin das Kind. Jetzt. Wir holen dich, Wade, und diesen kleinen Tormenter da unten. Und diese an. Wir gehen für einen Rennen. Oha! Und nun? Warum hat denn der Arm mit Trevor so viel Dreck im Gesicht? Habt ihr das gesehen? Das ist ja deine Dana-Aufnahme. Das sieht ja bedenklich aus. Oder hat der irgendeine Hautkrankheit, der arme Kerl? Also, Pier 400. Was hast du für mich? Wie gesagt. Ich weiß nicht, was wir haben. Ich weiß nicht, was wir haben. Du musst genau genau sein. Du musst genau sagen. Du musst genau sagen. Ah, wir suchen etwas zu holen. Sir. Ich habe eine Pistole in der Hochschule, und ich fühle mich schon seitdem. Der Mann, ich weiß nicht. Der Mann, ich weiß nicht. Sieh. Sir. Bitte. Ich sage mir, was du willst, und ich werde dir das mit dir helfen. Ich werde dir helfen. Hier ist das Problem. Ich weiß nicht, was ich will. Es ist ein bisschen... wie eine Pornografie, oder eine Perfektung. Ich... Ich... Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ich werde es wissen, wenn ich es sehe. Du bist nicht in meine Beziehung. Alles klar. Alles klar. Wie ist das? $236 Billion Dollar von Cargo kam durch den Ort von Los Santos im Jahr letzten Jahr. Er ist wirklich gut mit Nummern. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich in den Ort von den Pornografien von Pornografien. Du musst uns die von uns in der Zeit von was kommt. Wir wissen nicht, was in den Kontenern. Sie sicherlich nicht die Preis auf sie. Ich habe es nicht. Was? 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 Ausbringer? Was? Jetzt, dass du es erwähnt hast, es ist nicht richtig. Ich bin ein Freitag. Perfect. Kann ich aufbauen? Nein. Nein. Sie werden dich nicht in einem Ort. Sie sind ein bisschen scheiße. Der andere Tag, mein Freund, Ralph... Ich weiß nicht! About Ralph. Wir müssen uns schauen. Ist es noch etwas anderes? Es gibt noch ein paar Merriweather-Güßler aus der Navy-Warehouse. Sie haben boaten in und aus. Ich habe gehört, dass sie etwas testen wurden. Geh parken und geh zum Dispatch! Ja, gut. Geh parken und geh zum Dispatch! Komm schon, Schiff ist bereits zu starten. Ja, was denn nun? Rein, raus? Also... Das war eine Fahrt. Einiges bisschen. Und dann labern sie und labern. Und wir müssen wohin? Hier. Ah, da ist ein gelbes. Hier kommt der Supt. Ich muss in den Check-In. Erinnern! Erinnern! Floyd! Das kann wirklich falsch gehen. Wirklich schnell. Es ist egal, was in seinem Mund geht. 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 Ich habe eine Waste-Village. Und ich habe einen Schlag auf dem Krupp. Es ist nichts! Das Wade hier wird nicht für ein warmes Essen machen. Ich hoffe, du hast einen starken Stamm. Ich will aber nicht Floyd folgen, wenn die hier irgendwelchen Mist ausräumen müssen. Ja, es ist über hier. Hast du noch Helikopter, die hier raus kommen? Du weißt, all diese großen Skye-Kran-Thinge, die eine ganze Kontainer holen können? Nun, das ist restriktierte Luftraum. Und sie werden nichts hier ohne Klärung rauslassen. Schrauben sie, wenn sie es müssen. Also, wie ein Mann in eine Runde sollte in und weg von diesem Ort kommen? Nun, wir haben eine Porte, die 50 Meter entfernt. Nun, wie ist die Luftwärmung? Nun, sie haben Schrauben, 45-fehlungsbewegung, Luftwärmung. Du wirst nicht viel schneller gehen als sie. Especially, wenn du etwas gehst. Vielleicht werde ich dich auf den Merriam-Turner-Türn. Ich habe gerade gesagt, sie haben die Luftwärmung wirklich geschlossen. Okay. Das ist das Freitag, was ich dir gesagt. Was denkst du, dass sie auf ihn? Wir haben nur Stevedor. Wir wissen nicht, was in die Kontainer sind. Aber? Aber diese sind die Luftwärmung. Gerechtigkeit. Was etwas wunderschön daran? Die Gerechtigkeit ist die Luftwärmung. Die Luftwärmung geht direkt durch. Diese Gerechtigkeit hat nur hier sitzen. Ah. Du wirst meine... ...Kuriosität befreien. Merriweather-Gottes nach 2 Uhr. Sie haben uns einen schweren Zeit, okay? Ja! Ja! Tschüss! Du! 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 Wir brauchen zwei Leute auf dem Handler. Ein paar Kontainer und Baby müssen die F. Das ist keine Frage. Geh auf! Und wir? Was macht Trevor? Zugucken. Hinterher. Steig ein. Wir müssen das tun. Ich würde. Wenn ich könnte. Äh. Geht nicht. Okay. Woanders einsteigen? Äh. Hm. Wenn mir einer sagt, wo ich einsteigen muss. Das müsste eigentlich schon hier sein. Aber er will nicht. Mit E will er auch nicht. Okay. Geht auch nicht. Muss ich springen? Sag mal, was ist das denn für ein... Ah. Hier hat es auch noch eine Treppe. Okay. Und jetzt? Nee. Und hier? Nee. Irgendwie müssen wir doch hier reinkommen. Was ist das denn doofes? Er will nicht. Er läuft hier. Die Treppe nicht hoch. Okay. Dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe von hier aus an. Nein. Also wenn ich in die Führerkabine muss, muss ich hier hoch. Das macht er aber nicht. Aus irgendeinem Grund. Doch hier lang? Nee. Nee. Das geht nicht. Äh. Mein lieber Freund. Könnten Sie mir kurz einen Tipp geben, wie ich in dieses Fahrzeug reinkomme? Oder hat es hier noch ein zweites und ich bin blind? Nein. Nein. Blind bin ich wahrscheinlich trotzdem, aber... Ja, ich kann ja... Soll ich mich auf den Reifen setzen? Irgendwo muss man doch hier reinkommen. Was ist das denn doofes? Hat sich irgendwas nicht getriggert? Oh Gott. Jetzt habe ich einfach mal F gedrückt. Okay. Oh mein Gott. Ja. Normales Einsteigen. Okay. Ich dachte, man muss erst hoch, bevor man einsteigt. Ja, das ist ja wieder... Okay. Irgendein Fahrtlader über den Container zu positionieren. Ja, okay. Das halten wir mal so weit. Ja, okay. Das halten wir mal so weit. Der Container zum Ladebereich. Oh. Hier hinten. Boing. Fällt der überhaupt nicht auf. So, da kann ich aber eigentlich wieder in den... äh, in den Eco First Person Demons, wenn ich hier wegkomme. Jetzt. Also, allein schon das Einsteigen war... eine Mission für sich. Muss man einfach F drücken. Ich muss aber trotzdem kurz echt hier in die Third Person... denn sonst sehe ich überhaupt nichts. Wie fahren die denn mit den Dingern? Ja, wahrscheinlich mit Spiegeln. Aber wir haben hier keinen Spiegel, also fahren wir auch nicht mit Spiegel. Das wären dann die beiden, nehme ich mal an. Sehe ich das richtig? Müssen wir ein bisschen anders hinfahren. Ist mir klar. Cool, wie er sogar rückwärts guckt hier. Wie nehme ich die jetzt auf? Jetzt wird es ganz interessant. So schauen wir mich. Über einen Container zu positionieren. Über einen Container zu positionieren. So dann über. Ach so, dann nimmt die so auf. Genau. Das ist nicht ein Spiel, Sir. Es ist schwerer Maschinerie. Danke, Gott. Ich bin hoch als ein Kalt. Du solltest nicht in diesem Fahrzeug operieren, während du unter der Influenz. Ich werde dich unter der Influenz operieren, wenn du nicht vorsichtig bist. Du solltest nicht in diesem Fahrzeug operieren. Na was für eine Mission. Äh. Ehh. Da ist es. Jetzt müssen wir den anderen bekommen. Ich werde eine bessere Sicht des Fahrzeuges bekommen. Ich brauche eine bessere Sicht des Fahrzeuges. Ich bin entschuldigt, aber das ist so nah wie du gehst. Nein, 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 nein. Ich muss ein paar Bilder nehmen. Ich sende sie zu meinem Mann, Ron. Ich brauche eine bessere Sicht. Da sind die Kranen, aber... Kranen! Perfekt! Perfekt! Huf! Uff! Äh... Hakt's? Hach, was ist denn jetzt aufgeflogen, ich bin ja nur gefahren. Die mögen mich nicht. Ja genau. Hih, wir haben nicht die Rührende. 20! Die werden deine Kahn checken. Oh, ich bin nervös. Ihr habt ja immer aufger觀et. Der kuar chass! Nein, da läuft ja keine Uhr ab. Was soll das denn? Okay, jetzt machen wir es schneller. Jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, wenn natürlich das in die Karre einsteigen auch noch berechnet wird, dann dauert es. Äh, geht nicht. Da sind sie doch. Ja, ich weiss, das möglichst schnell und möglichst unfallfrei. Was für eine Mission, echt. Das ist ja Adrenalin pur. Naja, wenn es einem guten Zweck dient und wir dafür die Fotos dann bekommen, dann machen wir sogar das. So, aber eine Zeit läuft wirklich nicht ab, also daran kann es nicht gelegen haben, dass wir aufgeflogen sind. So, Trevor fährt mit den Dingern schon relativ kriminell. Hey, who's dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be backbreaking work. Na? Routiniert. So, der kommt noch hierhin. Gut erledigt. Begib dich zum Kran. Okay, machen wir doch gerne. Das wäre dann hier hinten. Die Treppe sehe ich schon mal. Sehr schön. Vielleicht ist das ein bisschen spannender hier wie Container rumhauen. Wieder mit F? Ne, jetzt geht's ohne. Okay, jetzt klettert er einfach. Das hätten sie ja eigentlich beim anderen Fahrzeug ähnlich machen können. Dann hätte ich da nicht eine Stunde und drei Nächte rumgebastelt, bis ich mal nur in das blöde Fahrzeug eingestiegen bin. Heiliges bisschen. Okay, okay. Ach, der ist da ein Schimpfen. Okay, das machen wir natürlich. Wir genießen aber jetzt noch ganz kurz die Aussicht. Okay, das muss reichen. Und dann gehen wir nach da unten in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Mal gucken, was dann auf uns wartet. Bin ich auch mal gespannt. Danke, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.